Ich bringe sie da durch, Pierce. Haben sie gehört? Ja, oh, da ist ein Kraut. Ich kann das Kraut nehmen. Wieso kann ich das Kraut nehmen? Warte mal. Aber ich kann nicht aufhören hier, scheiße. Ah, du kannst nicht mehr raus hier aus dem... Ah, hier ist ein... Oh, ich krieg's aber nicht mehr genommen. Weg mit dem Kraut. Ich hab zuerst gedacht, dass er die Tür jetzt zumacht und da bleibt. Auf der anderen Seite. Genau. Aber so bin ich ja wenigstens noch nützlich hier. Ja, das stimmt. Ups, was mach ich denn? Von da hinten brüll ich das. Was? Wieso steht hier jetzt danken und loben und rufen? Was? Da stand gerade danken, loben und rufen. Au. Sag, wenn du deine Wand kaputt hast, ne? Ja, irgendwie geht das mit Controller gar nicht. Ich dachte gerade, das wäre einfacher. Aber das geht tatsächlich einfacher mit Maus und Tastatur. Kriech, 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 kriech. Jetzt warst du, glaube ich, weg. Ich war doch oben. Hab ich gerade mit dir gespielt. Was? Ich glaube, ich hab gerade gedacht, ich bin du. Ach so. Ach so, langsam meldet sich auch meine Blase. Oh, ja. Jetzt nimm das Kraut noch, bevor du... Ja, ich hab keinen Platz, leider, dafür. Ach so. Moment, ich guck mal, ob ich irgendwas mach. Ne, leider nicht. Leider nicht. Ne, ne. Okay. Ah, jetzt mach ich die Tür zu. Oh. Ich hab sie ja auch aufgemacht. Mhm. Diesmal. So, jetzt komm. Oh, musst du mir das jedes Mal wieder zeigen, Spiel. Hua. Okay. Okay. Wo soll das jetzt nicht geklappt? Ich glaube, weil ein Gegner direkt vor dir steht. Oh. Sehr gut. Der kann halt immer erst immer nicht laufen danach. Ich hab's geschafft. Jetzt komm. Wie soll ich denn so schießen? Sehr gut. Und durch. Im Liegen. Ah. Wieso? Das ist ja mies, oder? Das Spiel, wenn mich so hat, verarschen, glaub ich. Hä? Hä? Oh, ich war doch oben. Ich stand doch genau vor der Wand. Nee, das war ich oben. Achso. Aber hä? Ich war eigentlich vielleicht zwei Schritte hinter dir oder so. Also, ich mag die Unterwasserbasis so gar nicht wirklich. Ich auch nicht. Ich bringe sie da durch, Pierce. Haben sie gehört? Oh, Mann. Aber wir wissen es langsam so hoch. Hm. Himmel, Himmel, bei. Okay, laufen. Oh, das ist hier nochmal das Bildwechsel. Das ist so nervig. Es ist furchtbar. Zurück, Captain. Ich kann es endlich nicht. Das erledigen. Ah. Komm, lad, fertig. Warum geht's denn nicht? Ich bin so froh, dass es hier kein, kein Frenchie-Fire gibt. Ja, du bist schon ganz oft gestorben mit mir. Oh, ich hab grad die ganze Zeit durch deinen Kopf geschossen auf den Gegner, deswegen. Oh, fuck. Ich glaub, das schaff ich grad nicht. Doch. Sehr gut. Lauf doch, bitte. Oh, jetzt wechselt schon wieder die Kamera. Hm. Ich lauf immer irgendwo da gegen. Ah. Okay, einfach weiter. Lauf. Ich noch hier mit den Gegner. Lauf doch, du Arsch. Oh, Gott. Oh, Gott, Himmel. Frustrationslevel. 100. Sehr, sehr weit oben. Genau. Piers tot. Aber was ist, wenn noch so eine Wand kommt, wo ich Blitze brauch? Stimmt. Und manche Türen können wir immer nur zu zweit öffnen. Ja. Meine Augen bluten. Ich weiß ja nicht, ob ich mit dir in einer Fluchtkapsel sitzen will, wenn du durchdrehst. Ja. Nichts gegen dich, aber. Ich würde da mit mir auch nicht drin sitzen wollen. Eieieiei. Das eitert auch. Ja. Oh nein. Oh Gott. Ich glaub, du brütest grad was aus. Komm schon. Endlich. Los geht's, Piers. Wir hauen hier ab. Nein. Was sind da? Aber wieso sagt der Piers dann nicht selbst? Nein, ich bleib hier. Endlich. Ich würde das machen. Mhm. Ja. Ein guter Kerl. Genau. Piers, tun sie das nicht? Öffnen sie die Tür! Piers, hören sie auf mich! Wir können beide von ihr fließen! Nein. Es bleibt noch Zeit! Das wird nichts mehr. Was machen sie denn? Und er weiß es auch. Nein, Piers, nicht! Sie können noch fliehen! Piers, ist ein guter Kerl. Ja, nicht so wie Helena damals. Ja, ich bleib dein Befehl! Nein. Piers! Sayonara. Mensch, war schön mit dir. Ja. Ciao. Schön, dass du fliehen konntest. Ja. Ich spiel jetzt mit den Monstern und werd ganz lustig. Und hab da voll meinen Spaß, weil ich da voll stark bin und so. Ja. Machst du lauter Rocketjumps? Ja, vielleicht, vielleicht verbündet ihr euch auch und, ah, guck mal hier und, oh nein. Wieso, ey? Oh Gott. Muss ich jetzt gegen den Kämpf? Hm. Ach, boah. Ich glaub, ich glaub, das ist nur ne Sequenz. Wir sind ja nicht mehr zu zweit. Ich glaub kaum, dass sie uns jetzt noch nen Einzelkampf hinsetzen. Na, vielleicht schwimm ich da jetzt auch gleich draußen rum. Ach, das kann sein. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich hab doch keinen Spaß mit Rocketjumps. Ich glaub, das ganze Ding ist grad explodiert. Oh. Oh. Ach, wie schön. Guck mal. Oh. Da treibst du auf dem Wasser rum. Schön. Sonnenaufgang. Bioschock irgendwie. Grad voll das Déjà-vu zu Bioschock. War Bioschock. 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 Ja, dann passt das. Oh. Schon wieder jemand, den er verloren hat. Oh, Mann. Der verliert aber auch alle um sich rum. Hm, das stimmt. Deswegen war da ja so ein Säufer auch am Anfang. Ja. Aber wir haben endlich Chris und Pierce durch. Oh, Gott sei Dank. Wer fehlt denn jetzt noch? Ich glaub, Chris schreibt nur noch Ada. Oh. Wenn ich mich nicht irre. Ist Ada auch für zwei oder ist Ada das Singleplayer? Ich glaube tatsächlich, es war für zwei. Ah, okay. Aber ganz, ganz am Anfang ist man, glaub ich, allein. Aber ganz kurz danach, ich glaub so zwei, drei Minuten Spielzeit danach, kommt irgendwer. Ah, okay. So, Moment mal. Kann man das denn überspringen? Ich würd gern mal gucken, ob es jetzt Ada ist oder ob uns noch was anderes fehlt. Das ist so ewig her. Ja. Das würd mich auch interessieren. Mhm. Und das sind ja eh immer die gleichen Namen, wir haben das ja schon ein paar Mal laufen lassen. Eben, genau. Ich hab mir zwei, drei auf jeden Fall gemerkt. Ich auch. Fokui. Ja. Nee, man kann's nicht anders. Ich keine Ahnung. Doch, jetzt wie? Jetzt geht's. Echt? Ja. Ah, endlich. Gut. Nach einer Weile. Ah, so. Deswegen wahrscheinlich. Vielleicht kommt sogar noch ein Video. Ah. Ach, tatsächlich. Nur gut, dass wir nicht direkt gecutt haben. Wir werden belohnt. Mhm. Fleisch! Oh, das sieht sehr blutig aus. Ich kann ja gar kein blutiges Fleisch essen. Bei mir muss es eine Schledersohle sein. Ne, ich schon, aber irgendwie verstehe ich, also gerade nach dem Kampf hätte ich glaube ich erstmal keine Lust auf blutiges Fleisch. Mhm. Aber vielleicht isst dann auch schon alle Säge halb. Ja. Weil ich esse super gern Fleisch, aber ich darf nicht sehen, dass es mal ein Tier war oder dass es mal lebendig war. Deswegen, wenn's blutig ist, dann spielen die Gedanken, kann ich's nicht essen. Wir haben neue Befehle. Und es schmeckt mir auch einfach nicht. Es schmeckt einfach nach Blut, finde ich. Ist nur Fleischsaft, sagt mein Freund immer. Ja. Du schmeckst aber diesen typischen Eisengeschmack, finde ich. Ja, ich glaub dann ist es schon zu blutig. Mhm. Das ist grad so... Die Musik... Ist doch hoffnungsvoll, oder? Ja. Ja. Resident Evil 6. Evil 6. So, mal gucken. Also. Unsere Genauigkeit ist beides nicht so doll, oder? Die Ehre der BSAA, Errungenschaft. Sie haben eine Erkennungsmarke, alle. Gut. Ja, danke. Okay. So. Aha, aha, Genauigkeit. Naja, du hattest ne bessere. Aber ich hab am Ende ja auch nur noch irgendwie wild rumgeschossen mit diesem komischen Blitzding. Ich auch. Ähm... Ich bin 15 mal gestorben. Ja, ich neunmal. Das ist auch genug. Und wahrscheinlich immer bei diesem Laufding. Ah, das kann sein, ja. Besiegte Feinde Rang C. Oh, das ist peinlich. Muss ich nochmal machen. Ähm... Sie konnten der gigantischen BEW entkommen und sie haben Sherry und Jake gerettet. Sonst geht der Spieler nicht weiter. Das verstehe ich nicht, sowas. Hätten wir die auch nicht retten können? Ich glaub nicht. Hm. Also ich denk, man muss das immer machen, sonst geht's ja nicht weiter. Ich glaub eigentlich auch. Sonst ist ja jedes Mal in diesem Todesbildschirm. Hey, du hast einen rennenden Gegner zu Fall gebracht. Das ist ja cool. Okay. Treffgenauigkeit. Tode Rang C. Ein Spieler hat das Spiel verlassen. Ich hab... Ich hab auf weiter gedrückt, tatsächlich. Ach so, da haut's ein ganz aus. Hm? Szenario. Ich glaub, da muss... Soll ich Spiel plus? Sind wir ganz durch. Warte mal, jetzt muss ich aber mal... Ich war doch sicher, dass da... Ah, nee. Nee, nee. Wir können... Oh nein. Oh nein. Was, was, was? Es ist nicht nur noch Ada. Nichts? Es ist noch Jake. Jake! Und Sherry. Die zwei, die wir grad gerettet haben, spielen wir jetzt als nächstes. Ah, okay. Und das letzte ist dann die Ada. Also nächstes Mal dann den Jake. Genau. Ja. Das heißt, wir werden definitiv in diesem Unterwasser-Ding nochmal sein. Oh. Das spielen wir definitiv aus deren Sicht nochmal. Scheiße. Hm. Aber wir sind noch irgendwo, wo es schneit anscheinend. Was kann sein? Kapitel 2 sieht sehr verschneit aus. Oh, da bin ich aber gespannt. Oh man, ey. Okay. Okay. Aber das ist beim nächsten Mal. Ich dachte, wir sind weiter. Ich dachte auch. Aber gut, dann sind's noch... Ich wusste nicht, dass fünf sind. Ich dachte, das sind vier. Ja, es sind vier. Nee, Einleitung ist fünf. Oh. Genau, ja. Ach, Leon und Chris... Oh. Ups. Ja. Vielleicht brauchen wir auch einfach länger, als man sollte manchmal. Besonders. Ich hab mir am Anfang, bevor wir damit angefangen haben, 50 Thumbnails gemacht, weil ich dachte, oh, da kommen wir locker hin. Ja. Ich bin jetzt schon bei 40. Über 40. Kommen wir nicht locker hin? Nee, gar nicht. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Was wird denn das für ein Projekt? War Resident Evil 7 nicht so lang, oder? Nee. Da waren wir, ich weiß nicht wie viel, aber auch glaube ich nur 30, 40, bis wir durch waren. Und da hatten wir Angst. Ja. Da hatten wir richtig scheiß Angst und waren ständig total langsam und sind nicht mehr weitergegangen, weil... Genau. Und hier fetzen wir durch und fallen ständig irgendwo runter, aber... Wir fetzen durch und fetzen nochmal durch und dann nochmal. Ja, nochmal. Nochmal. Weißt du, schön war. Okay. Jetzt fetzen wir aber zum Ausgang, weil... Genau. Passt. Letzte Folge war eine überlange Folge, weil wir uns doof angestellt haben. Genau. Weil das Spiel aber auch gemein war. Ja. Jetzt ist es ein bisschen kürzer als sonst, aber ich denke, das ist dann auch wieder okay. Das denke ich auch. Nächstes Mal geht's mit Jake und Sherry heißt sie, oder? Genau. Weiter. Und deswegen sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.